Ich danke Ihnen für Ihr Teilnehmen und wünsche Ihnen alles Gute, Inspiration und Wohliagie. Ich möchte Ihnen in diesem Raum schenken, daran teilzuholen. Sie können auf meiner Webseite, da oben rechts ein kleines Klipschen, wenn Sie das anklicken, können Sie immer informieren, dass Sie hier in der Galerie so veranstalten und sich die Galerie auch entwickeln. Sie ist ja sehr spannend, Sie ist ja noch wirklich ein Baby von einem Monat alt, von dem Ganzen. Ja, und ich werde auch Raum zu geben, von der Galerie aus jeden ersten, jeden zwanzigsten Monat mich in eine Meditation mit hineinbegeben, die ich hier in der Galerie mache. Sind Sie herzlich eingeladen, auf die Feierland teilzunehmen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Sie ist ja sehr gut. Ich danke Ihnen. Amen.